Oh, mit Night Vision ist das so schön hier in der Welt. Da ist auch mal Farbe hier drin. Willkommen zu einem neuen Rüfter hier bei Minecraft Drifter von dem Nephias und dabei ist Das war Goro. Also jetzt haben wir noch zwei Welten, die wir noch nicht gemacht haben. Glaube ja, die anderen hatten wir, oder? Mysterium und Gardencia. Die müssen ja so böse sein, glaube ich, wie gesagt. Möchtest du da mit, Nephi? Nach Gardencia oder was? Ich mach erstmal meine Taschen leer. Das ist eine gute Idee. Und dann gehen wir in die letzten beiden Welten. Das sind jetzt die ersten, die irgendwie farbig sind. Was? Ja, da hast du die andere Welt jetzt schon weggemacht. Nee. Warte mal, Rune Schrein. Ich hab aber auch so einen Rune Schrein hier in meiner Kiste. Ach, der kann auch so gecraftet werden. Ach, lol. Ich hab mal Rune Schrein bei mir in der Kiste in dem Punkt. Ja, sicher. Ja, ja, ja. Nur, dass du's weißt. Boah, gibt es viele Rune. Da haben wir die Banner hier alle in meinem Haus. Ich hab zum Beispiel eine Feuerrune aus dem Nether. Okay. Du hast doch eine Rune Schrein also schon? Okay. Ja. Das ist cool. Irgendeine Welt hab ich den gekriegt. Weil wir haben ja diese Rune Stones oder so, oder wie die heißen. Hier Runium Ore. Aus Runium Ore kannst du nämlich dieses scheiß Runen Zeug machen und daraus kannst du Runen basteln. Warte mal. Rune. Kann ich die anbauen? Ne, die Runen meine ich nicht. Die Runen of Water, Fire und so weiter, oder wie? Nein, das ist Botania. Das ist... Ja. Was noch? Hardcore Ender? Nein, ich mein diese Vierecke. What the... Shit. Was denn? Alter. Ich hab... Dieses Hardcore Ender Expansion muss ein richtig geiles Modpack sein. Aber ich hab... Kein... Das ist doch noch nicht fertig. Weil... Das ist so umfangreich. War da nicht irgendwas mit, dass das nicht fertig war, das Modpack? Keine Ahnung. Aber wenn du das anklickst, kriegst du halt schon ein neues... So eine neue Oberfläche, weißt du? Ja, ja. Das meine ich. Das hab ich gerade gemacht. Das ist richtig übel. Aber ich hab keinen Bock, mich da einzulesen. Und wenn Goro meint, vielleicht ist das noch gar nicht fertig und da schon was gehört hat, dann hab ich da sowieso keinen Bock drauf. In irgendeinem Modpack, was wir gespielt haben, hieß das, dass das noch nicht fertig war. Ja, aber nicht bei mir. Bei Engineers war's nicht drin. Bei Engineers war das nicht drin. Bei Wism war das drin. Echt? Ich glaub ja. Und da war das nämlich noch nicht fertig. Das ist eigentlich noch nicht so lange her, ne? Alter, der Regen nervt. Ja dann, ab in die neue Welt. Seid ihr schon wieder so weit? Ja, klar. Ja. Ah. Okay, ich komm. Warte, ich hole mein Zauberstoff. Welche Welt möchtest du denn gerne haben, Nefi? Tor A oder B? Die nicht Gadenzia ist. Sag Tor A oder B? A. Au. Ist klar, Kunno, nimm den. Warum kommt hier ein Schweinemensch aus dem Portal? Das ist ein Pigman. Der geht da erst mal nach. Der geht nach Aeromein. Ja, lass ihn laufen. Ach ne, die kommen tatsächlich alle aus der Hölle einfach. Ja, ja. Alle? Ich dachte, der stand gerade in dem Portal hier drin, deswegen war ich hart verwirrt. Hast du schon die linke genommen? Ne, hab ich jetzt. Ne, ich hab noch nicht. Tor 1 für Nefi erst, Leute. Are you ready? Ja. Das ist Gadenzia, oder? Ne. Weil's pink ist. Pilze! Überall! Das ist nicht Gadenzia, das ist die andere Welt. Hier sind überall Pilze. Hier kannst du nicht runterfallen, hier gibt's Wasser. Und es ist scheiße dunkel hier. Brauch ich auch gerade, ne? Ach ja, scheiße, wir haben ja den Helm nicht mehr auf. Aber ich denk mal, hier ist gerade nur Nacht, deswegen. Ja, das ist scheiße dunkel hier. Erstmal ein Portal markieren. 1832 auf jeden Fall. Ob wir uns hier hinlegen können? Stimmt. Ja, weiter, 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 weiter. Ich muss erstmal mein Portal markieren hier. Auf dem Pilz kannst du nicht liegen. Ne, auf dem Pilz können wir auf jeden Fall nicht liegen. Der meckert nicht mal. Was ist das denn da unten für ein Kasten, Alter? Das Wasser. Sicher, dass das Wasser ist? Das Wasser. Oh, oh. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Hier wachsen so Mini-Pilze. Ja. Und da unten gibt's Wasser. Sollen wir jetzt versuchen, uns hinlegen? Ja, ja, ja. Ich guck gerade, ob wir hier irgendwo sicher werden. Man kann nicht liegen. Rainbow Grass. Vorsicht, da kommt ein... Was ist das denn? Das kam aus dem Virus gesprungen. Hier ist ein Hase. Wer sind die denn da drüben? Hallo. Da haben wir in der anderen Welt eben gar keinen Händler gesehen. Hören Sie mal bitte. Oh, ist das der Händler? Was ist das? Oh, guck mal hier. Hast du noch mal die Schale dabei? Die müssen noch in der... Ich hab eine hier. Der möchte Lunava-Coins und gibt uns dafür Boots und Ausrüstung. Na ja. Stimmt, was war das für ein Set? Mit der Schale funktioniert das nicht. Ja? Ja? Okay. Ja, okay. Dann ist das wie in der Haven World. Da sind Pilz-Menschen. Gucken wir mal auf die lieb sind. Hallo? Nein, die sind nicht lieb, die zaubern. Oh Gott. Guck dran. Hol deine Waffe heraus. Ich spring derweil. Warum lachst du? Was ist los? Weil Goro auf den Pilz springen wollte und zu kurz gesprungen ist. Heldenhaft. Heldenhaft. Ich buddel mich mal wieder ins Erdreich. Ich mach das. Ping. Ping. Okay, du bekommst ja... Alter. Nein, jetzt spring ich zu kurz. Das Ding ist in so Vierecke eingeteilt. Man findet alle paar Meter immer so... Oh, wie bist du hier raus? Achso, die vier Steine. Man findet alle paar Meter so ein Ding. So ein Wasserbecken. Ey, das ist auch nicht so spannend. Ne. Aber ich hab Erze. Okay, was hab ich hier? Mist-Tight-Ohr. Ist ja auch die Mist-Tight-World. Was macht man damit Mist-Tight-Ohr? Ah, ich hab auch Runen. Iron-Mine. Scheiße. Ey, nur durchs Buddeln krieg ich Runen. Also diese... Diese Ram Stones. Ähm... Ne, ich hab hier... Ich hab hier die ganz normalen Essenzen... Fuck! Was passiert? Irgendwas vergiftet mich hier. Wo bist du? Im Wasser. Das Ding da hinten. Wahrscheinlich. Glaub ich, der Pilz. Leuchtet doch mal was aus hier. Ich hab auch keine Fackeln dabei. Also wenn ich hier buddel, nur durchs Erdreich buddel, dann krieg ich hier die Iron-Mine-Ruden ohne Ende. Ne, ich hab schon vier Stück. Ich weiß nicht, wo Kundon ist. Also ich seh dich auf der Map. Also... Was ist das da? Das ist Pilz, ne? Ah ne, Pilz will ich nicht. Will ich Pilz? Hier sind Hasen wieder. Ich find das lustig, dass aus den Hasen dann irgendwie so Reaper rauskommen. Ja, das ist so ein Schutzgeist von denen. Ja. Voll krank. Choro ist schon wieder ins Wasser gefallen. Können froh sein, dass das... Ich weiß ja, ich war nie ins Wasser, als in dieser Welt, wo Löcher waren. Alter! Alter! Bin jetzt... Nein, ich bin nicht im Wasser. Wer sind die denn? Das sind diese... Die haben voll die harten Casts drauf. Die Monster hat keinen Charm, aber die... Du hast mich die ganze Zeit zurück. Wo war denn das Portal? Hast du das nicht markiert? Irgendwo in der Luft war das schon, oder nicht? In der Luft gespawnt. Ist da hinten... Ist da alles Pilze hier? Ja, ich buddel mich mal gerade runter. Okay, so niedrig ist die Welt auch nicht, weil ich hab jetzt schon... Oh Gott, die Dinger hier vergiften. Ja, Yellow Mushroom gibt's hier. Okay, Gift ist dann in der Tat sogar ganz böse. Der Mushroom, das ist Holz, das kannst du craften. Echt? Dann kriegst du Planks raus. Und sehen die lustig aus? Ja, gelbe Planks halt. Oder rote oder lilan oder grüne. Und dann wird angegriffen. Ja. Ein Fall für mich. Ich sollte mich, glaube ich, wir sollten uns in jeder... Oder ich sollte mich... Oder allgemein sollten wir uns mal in den Welten durch die Erde buddeln. Ey, ich hab 10... Wir können jetzt noch 10 Mal in die Iron-Mine-Welt. Ich hab 10 Stück im Event. Ich hab keine gefunden dieses Mal. Ne, ich hab auch noch nichts. Ich würde ganz gerne wissen, ob hier irgendwo... Da hinten ist ein Teletubby, Kondor. Was? Teletubby? Ja. Naja, das sind... Ein Teletubby. Ob hier wieder irgendwo Tempel oder so sind? Komm ich da drüben drauf? Ne, oder? Nein, das ist zu weit. Guten Tag. So. Da hinten ist auf jeden Fall das Portal. Hier haben wir einen Händler. Handelt der denn so? Was handelt der denn so? Naja, da ist es Portal. Das ist wieder so ein Teletubby. Ich hab's auch gerade gesehen. Alles klar, da hinten ist es Portal. Da ist es Portal. Ich seh's auch noch leuchten. Aber ich seh's zwar nicht mehr, aber... So gefährlich ist die Welt jetzt nicht? Ne, die Welt ist nicht gefährlich. Gut, durch das Gift halt so halbwegs. Was vergiftet dich denn? Das sind diese Caster. Gibt doch Milis, die tatsächlich Gift machen. Oh Gott, hier kommt das auf mich zugeflogen. Ein fliegender Pilz. Die können aber nix. Jetzt ist er tot. Äh, Bowl heißt die Schale, die du hattest, ne? Es gibt nämlich noch Diamond Bowls. Vielleicht können wir da mit... Das könnte sein. Die machen. Aber du hast jetzt zufällig nicht Gold im Emitar, oder? Ne. Dann hätte ich jetzt eine Instant bauen können. Noch nicht zufällig was in der Background? Ne. Ne. Das ist total immer noch... Warte, ich hol mal eben ne Bowl. Ich komm ja am schnellsten raus gerade. Wir wissen, ob hier irgendwo ein Tempel wieder ist. Ich hab jetzt keinen gesehen, aber kann sein, dass irgendwo unter dem Pilz irgendwas versteckt ist. Oh, hier ist ein Altar. Ja. Wir markieren dir. Lass mal da gucken, was das überhaupt ist. Das ist ein Pilzschwein. Ein Pilzschwein? Ja. Kann man davon eine Pilzsuppe zapfen? Das ist ja voll geil. Das stimmt. Das ist ja voll geil. Bist du schon durch das Portal wieder? Ja, ja. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Hier ist wieder dieser Runeschrein, den wir in der anderen Welt auch schon haben. Ja, ja, den gibt's halt in jeder Welt. Und ich glaube, damit kannst du die Runen von der Welt machen, oder so. Okay, das müssen wir einmal schmelzen. Kann man das schmelzen? Oh! Der Pilz ist hier. Der vergiftet fast alles, wenn es einen trifft. Das geht. Dann baue ich mal so eine Diamond Ball. Scheint Brightlighter. Oh, du fuck! Oh, hier ist ein Spawner. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was... Ich kann jetzt sehen. Ich bin blind. Wo bist du? Ich hab... Doch, da hinten bist du. Da ist der Hasenprotektor. Inspektor Patrono! Nein, ich bin gegen die Decke gesprungen. Hier wird's nie Tag, glaube ich. Jetzt bin ich auch blind. Es wird nie Tag, dann nehme ich mal den anderen Helm mit. Ne, wir haben noch, haben wir 4.53 Uhr. Aber es wird nicht Tag. Abwarten, was jetzt gleich passiert. Wann wird's Tag? 6 Uhr? Weiß nicht. Die Sonne geht erst um 8 Uhr auf. Aber die Tage werden ja wieder länger jetzt. War das schon? Gestern. Hier lernt ihr noch was, ey. So. Okay. Oh, fuck. Mein Zauberstab ist fast leer. Da wieder so Tere-Tabi. Oh, da kommt wieder so ein Vieh raus. Ähm... Verrückte Mango. Verrückte Mango. Junge. Hupft Guru denn jetzt hier schon wieder rum? Siehst du doch auf einem... Ach nee, siehst du nicht auf dem Boden. Doch, natürlich sehe ich dich auf dem Boden. Fuck, meine Nodes sind alle. Nein, nicht auf dem Boden. Nicht auf dem Boden. Generell empfiehlt es sich in diesen Welten nicht auf dem Boden zu kommen. Oh mein... Ist hier VR drin? Wo bist du denn? Gehst du zurück zum Ding? Sekunden dran oder was? Ich wird... Ne, ich will gerade... Eigentlich will ich mir nochmal die Spawner-Plattform angucken, ob da noch irgendwas war. Ja. Egal. Geh mit schnell zum Portal. Irgendwas beschießt mich. Ich bin wieder im Wasser gelangelt. Wie gesagt, lieber im Wasser als in der Unendlichkeit, ne? Woher nennt sie Spawner? Da hinten ist das Portal. Äh, elf. Wir können das doch elf machen. Die Iron Mine Welt. Sehr gut. Oh, hier... Oh, mit Night Vision ist das so schön hier in der Welt. Da ist auch mal Farbe hier drin. Ja, sieben Uhr haben wir mittlerweile. Scheint hier echt nicht hell zu werden. Der eine campt hier in meinem Platz. Er ist Camper. Bei Nephi gelernt, wa? Ja. Und bei... Nein, jetzt bin ich im Wasser. Die zwei Camper-Boys. Der Tod. Der creck, du Sau. Ich möchte zurück zum Portal, ich möchte mich mehr wegwäßen. Alter, ich sterbe. Alter, alter, alter alter, alter. Ich will jede Welt einmal gesehen haben. Alter, ist das Gift krass. Dann wär das was wir sagen. Aber er hält nicht so lang, Rumpel. Ja, das ist das einzige, was uns eigentlich Schaden macht. Oh, die Schwanne sind stark. Und zu los gegen das. Ich werde sterben. Was ist das für ein Schwein? Die machen richtig viel damit. Vergiften auch die Viecher. Ja hier vergiftet alles. Sind halt Pilze. Und Champignons vergiften mich auch nicht. Noch nicht. Das sind die Viecher die casten. Mit der Diamondball kann ich dieses Bloomingpixen auch nicht zapfen. So ist das Leben Leute. So ist das Leben. Vielen Dank fürs Zusehen. Könnt ihr beenden oder was? Ja. 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 Und klar. Ja dann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.